ich wollte nicht nichts gegen dich habe ich glaube du sollst vielleicht eine bessere sind wir sind die koreaner nicht cool irgendwie die finde ich ziemlich weg aber richtig koreaner das ist okay ja wir brauchen du musst das mal so überlegen wir brauchen auch immer eine ausrede wir brauchen kreativität man ist das auch ja ja gut wir spielen gegen briten und franken wer hätte es gedacht das passiert sonst nie mal was neues doch briten und maya und franken passiert sonst oft noch mal was neues aber jetzt können wir wenn wir verlieren einfach sagen soja dienst einfach die scss und wir haben wir halt stattdessen spaß im spiel ja und kreativität und eier all das in einem rundenpaket in einem spiel verpackt und amazing das natürlich auch aber was gut ist scouts und meine knights ignorieren spears was überhaupt nichts bringt im twitter außer einer sind dann ist es nämlich auch gekommen das ist richtig geil dann krieg ich da will so viel pierce armor da müssen wir mal hinkommen ja wenn du jetzt nicht gerade wieder alles verlierst das hier wieder wann habe ich dich jetzt mal im stich gelassen außer eben halt wie wann vor zehn minuten oder wie lange wir jetzt auch immer habe ich dich jemals enttäuscht ja ja ich kann mich ganz recently dran erinnern ja eben also nie also es ist wirklich halt noch nie passiert deshalb soll es doch einfach ich glaube du musst doch mal in die dritte klasse zurück und vokabel lernen und den begriff nie noch mal dir so richtig vor augen führen was denn genau das heißt ich war so man studen lehrstunde oder so hat keine ahnung du den kurs du ja du den für du du den für botkin ein du denn für botkin hat das braucht er schnell denn er hat keine ahnung was nie heißt oh ja keine ahnung warum ich weiß nicht warum ich das gerade gesagt habe da ist doch wieder zu viel kohler besorgen ist wieder so rein habe ich nicht freue mich dass wir ein spiel haben ja das ist auch wieder einfach glücklich dass wir tatsächlich age of empire spielen und nicht simulatoren doch garantiert irgendwo vorne noch ein wildschwein rumfliegen warum taucht es nicht auf das ist katschature taggialini spinazola stellst du eine pizza oder spielst du sitzlianer ja ich spiel sitzlianer und bestellende pizza beides ich kann beides gleichzeitig wort gehen richtig ja multitasking champion spinazola mit domati anti basti und kopf die x-men die x-men die x-men x katschature kakialini so sagen die doch die ganze zeit oder wenn du das sagst ich hab sie ja gerade nicht einmal saluda am oder sie haben wie salami bitte ist das nicht saluda wo also die sind wie wir grüßen quasi oder wie sagen ja das hört sich an wie salami auch noch dazu salami auch in media mit am ende sofort auf der stelle wenn es witzig wenn die so die deutschen einführen würden langer so thought ja zu er mein herr jawohl jawohl oder oder der bergfried ist komplett jetzt geht es noch von und was war es noch nicht gespielt was naja bei mir gab es nur qualitätsspiele wie halo 3 das kein stronghold zu selda was ist halo 3 bei mir fehlen immer noch zwei schafe und ich habe schon bis zum buch du erforscht im buch du sei der schaaf in afrika mann sieht so aus oder oder der grüne hat sie bereits denn der glaubst du er merkt hier ist er merkt hier schon ein bisschen bist du gegen britain pass auf dass er dich nicht primal dorscht gell ja es sieht stark danach aus als ob er mich gelämt hätte da muss ich mir ein ray gönnen pass auf dass du dich wieder gegen den rush stirbst das heißt hier wieder wann bin ich das letzte mal gegen den rush gestorben äh letztes im arabia-game das haben wir doch haben wir doch easy gewonnen sind das bot viewer oder wieso ist hier nichts los weiß ich nicht musst du die viewer fragen ob das bot viewer sind manchmal ist halt viel los manchmal ist halt wenig los manche leute schauen auch einfach jetzt grad ganz entspannt auf dem sofa ein bisschen django und bodkin an so und auf dem fernseher also das weiß ich auch dass ein paar leute einfach im fernseher meinen stream gucken fang endlich an zu spielen ja aber vielleicht sind sie auch bots er ist sexy immerhin siehst du gerade geschrieben nur dass wer das schreibt der ist das auch ich war ich war gar nicht ready ich war tapped out legit echt ja ja alles gut kein profi streamer ist es okay es okay es es ich bin ein wildern gegen den drush ja ich hab noch gesagt pass auf dass du nicht gedrushet wirst ja ich kann ihn ja nicht äh scouten wenn ich die ganze Zeit für andere Sachen meinen scout brauche ganz entspannt am fernseher nice ich bin am tablet da schreibt es sich schlecht ja jetzt höre ich oft dass leute am tablet sind oder am fernseher oder so und halt nicht so viel schreiben ich meine es ist auch egal so ihr könnt auch von mir aus äh so lange zuschauen bin ich happy so ist mir eigentlich wie gesagt ich will mich da gar nicht äh über löper beklagt man sich basically nicht das sind einfach gute gute nette jungs und das nimmt man so nett oh mein frank oh das ist meine schaffe okay der frankie bank ist schon wieder da müssen wir noch eine defensiv in meinem scout wie ist denn die frau hier rausgekommen meine güte ja ich bin gleich zwei down glaube ich oh mein scott ist auch tot ja ich bin scheinlich stehen durch aber es ist fein weiss nicht wie die frau da rausgekommen ist ehrlich gesagt und hat sich ausgemauert wie es scheint kriegst du schon hin ich glaube nicht immerhin einer einer ist immer bekanntlich besser als keiner was ist das das ist ein drushflush das ist ein drushflush das ist ein drushflush ja 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 Hey, Sarah on fire. Lang nichts mehr gehört. Schön, dich zu sehen. Ansehend ist Scouts... Nee, der ist immer noch hier. War im Urlaub? Ah, nice. Hopf, war schön, der Urlaub. Stimmt, ich hab's auf Instagram sogar gesehen, ne? Ich weiß sogar, dass Sarah im Urlaub war. Ich hab's sogar auf Instagram gesehen. Ich hab's doch sogar auf Instagram gesehen, Mensch. Als ob diese fucking Wilds immer hier hängenbleiben hier. Ah, ich bin... Ja, ich bin eigentlich schon tot. Ich hab nochmal drei verloren jetzt. Die bleiben einfach die ganze Zeit hängen, ich scheiße, ich ja. Keine Ahnung, ich versuch mal deinen anzugreifen, ne? Ja, ich bin eigentlich schon. ich weiß nicht was er macht also greift mich nicht weiter an ja ich bin bei dem in der base ich sorge gerade dafür dass du zeit hast ich habe jetzt opfer jetzt meine scouts dafür was mit dem anderen er ist auch da hat sich doch noch mal party an er ist auch ich mich mal auf die mühle er ist halt immer noch franks oder wird halt trotzdem vor mir habe ich wollte das noch mal gucken ich habe 33 will sagte ich habe 36 so schlimm ist nicht das drei willst du schon okay es ist einfach nur mega ab wenn das sich das passt also meint ja ich weiß es ist auch gut als absurde nicht schickt ihr meine spielmanns falls sie dich jetzt haben also die werden dich ist da wenn man nun angreifbar das gold das baunt hauen und der mann mann gold ist okay egal was explose von tauren egal was du immer in die explose von er hat auch die berries aber da ist nicht mehr viel drauf ja dann lass es aber wirklich die wüsste zwar höchstwahrscheinlich gedabbelt ne also da tauchen jetzt gleich scouts und dick archer bei dir auf so ich habe leider bei grün nicht so viel schaden wie auch die ich mir auch nicht so lange die da bin glaube ich nicht so okay das müssen sich der scout können schicke ich meine spiel ich wieder zurück in meine welt das ist ja nett dass sie zu mir kommen ja die da bin ich also ich habe 15 art ja noch ne 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 bleib mal bleib mal bei dir und greif den an ach bittsch die auch drei willst gekillt der macht hier richtig presche das gut die art und scouts loggen jetzt zu dir nach hause pass auf muss weiter pressure machen ich will meine armee nicht verlieren wenn er jetzt zu mir kommt nicht ob sie kommen mit nice auch zu dir wie alt bist du ab von kassel ich bin bei 40 prozent ok jetzt sind wir uns hier ja ich versuche so hoch zu passen wenn du kannst ja ich komme auch ja ich sehe dich deswegen habe ich dir angesagt wie du es machen sonst ja ich bin dank du siehst mich nur nicht habe ich bin doch 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 ich sehe ich ich meine ist der auch noch nicht ab ich habe echt viele videos er kommt jetzt in meine base auch mit rein das ist das problem kannst du mit deiner leise zu mir zurückschicken auch leute passt doch bitte richtig ich ja 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 Ich werde das soargen. aber du bist ja noch bei dem in der welt ja ich habe dann die ziele den die klären ist meine arme gegen willst oder überlaufen nach links lauf nach links ich komme micro 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 einfach immer gegen die nachts einfach gegen die nachts michael die appos 2 ich habe doch nicht mehr genug ich werde muss aber nur zurück jetzt aber nur zurück zurück markt und müssen zu meiner arme und so einfach immer nach hinten einfach immer mit mit dings micro splitten da hat es geklappt ja kiel hier kiel kiel die willst kannst du trotzdem können jetzt musst du zurück warte mal eben jemanden dass man zurückgehen wo kann ich denn machen tc bauen ich habe keinen spot ok hast du bloß zwei jahre pushen oder warten bis ich ballistics war nicht nur dass ich habe jetzt dass die die links gebaut aber aber der grüne hat richtig viele willst verloren also der dürfte zumindest wirtschaftlich ich bin immer noch so salty wegen gestart aber dass wir kriegen sind ja die ballistics auf dem weg Achtung, Achtung, noch nicht kämpfen. Okay, Ballistik ist da. Haben die mehr als wir? Ja, ja, doch schon. Ist dann wieder irgendein TC-Getter-Point falsch, ist echt komisch, muss ja einfach raus sein. Okay, was ist der Plan, soll wir warten, bis ich meine Kassel habe, oder? Ne, wir können schon vorgehen, wenn du willst, aber ich weiß ja nicht, ob ihr den Fight gewinnt. Ja, ich verlass mir auf deinen Call, also ob du glaubst, dass wir fighten können. Ja, lass mal ein bisschen, wir müssen ein bisschen gucken, was die machen. Mann, der hat halt so viel Nights, ne? Die haben halt immer Briten-Range, das ist halt ein bisschen ein Problem, ne? Ich muss den Hügel hier hoch, versuch mal den Hügel loszukommen. Hast du Farm Ring? Ähm, ist auf dem Weg jetzt. Okay, ich hab mehr Nights als der, auf jeden Fall. Ich habe wieder Fahm Ring, die ich weiß, dass es nicht gut ist. Das war's für heute. Geo-Fran, ja ja Geo-Fran Leid die Nights bevor der Ablust. Das sind super viele Leute, die Nights zu haben. Ich muss mal gucken, dass ich hier abkomme, jetzt auch. Ja, ich auch. Da ist noch Gold noch hier vorne, ich will, du Klaus mir noch jetzt nicht mein Gold. Ne, ne, ich mach da nur ein paar Dinge hin. Äh, versuch mal die X-Bos, dasselbe, wenn du auch kennst. Oh, ja, die Other Points waren schlecht. Hm, ich glaube, ich idle kurz ein bisschen und gerne hoch. Oh, ja. Ich bin ab. Ähm, warten wir einfach nicht ab, bis ich ab bin und pushen dann wieder oder was? Ja, 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 ja. Der Grüne sollte viel weniger haben. Ja. Ähm. Sollen wir auf Warwagens wechseln oder erstmal abbleiben? Wenn du kannst, kannst du Warwagens spielen, aber dann brauchst du drei Castles. Wir müssen es oder so. Okay, dann wechseln ich später. Ich bleibe, bevor du keine, bevor du keine drei Castles hast, machen wir keine Warwagens. Okay. Okay, hier oben kommt jetzt die Palace, äh, die Dings. Äh. Ja. Ich versuche gerade meine Nights zu heilen. Ja. Ist halt kacke. Ja, das ist ein bisschen wild. Ja, ich muss zu dir rüber gehen. Ja, ich kann das natürlich auch nicht mehr gewollt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Auf, was? Ah, das... Ah, ich dachte, ich hätte eben geklickt. Ich habe es irgendwie doch nicht geklickt anscheinend. Ja, ist okay. Ist alles gut. Was schon. Na, du bist okay, immerhin. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ich bin ja ganz sicher. Komm, es ist doch auf jeden Fall gekommen. Nein, nein? Ja. Ja, aber auch. Das ist... Ach man, das beeilt mich jetzt so. Er war so sicher, dass ich abgeklinge hätte. Ja, jetzt habe ich auch noch nicht mal richtig viele Wilds verloren, natürlich. hier noch einer ist ich überall reingekommen haben wir hier die 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 Hm. Wir müssen versuchen, die Ecke da zu bekommen. Welche? Die hier. So, ja. Er stonewallt jetzt hier unten schon. Ja, aber der stonewallt in die falsche Richtung. Okay. Ich hab noch nicht die, aber erst mal, was ich hier noch ein paar Mal. Also, es ist die hier unten. Wir müssen noch einmal hier ein bisschen schnapp sein. Ich bin ein bisschen schnapp, wie ich hier einfach schnapp. Ich hab noch einmal nicht die Position. Ich bin ein bisschen schnapp. Ich bin ein bisschen schnapp. Ich bin ein bisschen schnapp. Ach, natürlich ist es von damals schon gekommen. Ah, okay, du klärst das, okay. Okay, du klärst das, okay. Okay, du klärst das, okay, du klärst das, okay, du klärst das, okay. Okay, du klärst das, okay. Okay, du klärst das, okay, du klärst das, okay. 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 So, okay. Brauchst du irgendwelche Rests? Hm, nö, nur Gold, aber das hast du wahrscheinlich nicht. Nö, nö, das brauche ich ja selber. Ja, ich versuche gerade Trade aufzubauen. Ja, ich auch. Ich glaube, die können aber keinen Trade haben. Ähm, bin ich sicher. Ist die, die keinen Trade haben. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Wenn du die paar Aveless hier hinschicken, dann können wir da voll tot pushen. Ja. Ich habe 35 Karts. Am nächsten Chevalier ist schon. Ja. Jeep. Aber man, ziemlich messy. Ja, alles gut. Also, siehst du, die Hanna Chevalier mit plus 6, plus 8 ballern schon auch ordentlich, muss man sagen. Also, die sind schon echt gut. Mhm. So, vor allem gegen Arps. Gut, der Britte ist ja... Der hat keinen Arps gemacht, also, ja. Ja, der ist ja komplett tot. Der ist ja nur auf halb, so, ne. Der ist ja... Da kannst du auch ein bisschen mehr in die Eco reinfahren mit deinen Warrings. Sondern dann müsste... Guck mal, deine ganzen Warrings stehen jetzt da alle auf einem Tümpel, sozusagen. Ja, da haben die ja gerade gefightet. Ja, ich habe ja gerade die ganzen... Ja, genau, genau, aber du kannst einfach... Du kannst einfach 5 nehmen und dann einfach mal in seine Eco reinstellen oder C. Einmal ein bisschen rumfahren und versuchen halt nur noch zu raiden oder so. Aber ich meine, das Game ist over. Die haben kein einziges Straight Card, ne. Also, das ist komplett... Das ist komplett GG, ne. Ja, ja. Und man war echt stressig. Ich habe... Ich habe 40 Straight Cards und ich habe nochmal so 10 in der Q oder so. Hey! 20 beschlossen. Chamber MC, danke für deinen Prime. Sick. Danke dir, danke dir. Bisher that. Ja, und das siehst du, wir haben sogar mit den schlechteren Sips gewonnen. Wenn das mal keine Leistung war. Der blaue war 1700 und der grüne war auch 1700, ne. Und beide mit dem Wondion mit auch guter Rindlet. 55, 67 Prozent. Also beide 1800er, so. Ja. Können wir nur das, was wir in den Justo gewonnen haben. Wir waren Sizilianer und Koreaner. Ja. Und ich bin 200er unter denen. Na gut, na 100. Oder? Echt gut, ich spiele Top. Ja. Ja, aber ich meine, du bist... Du bist kein 1500er. Ja, also... Ich bin kein 1600er, aber... Also 1700 bist du, ja. Bist du auf dem Niveau, ich bin ein bisschen besser. Aber wir haben auch viel für die 60er Sips. Ja, das schon. Aber ich sterbe halt gegen den dimmsten Scheiß manchmal deshalb. Äh, ja. War ein bisschen Titanic. Ich bin jetzt 1, 2 Trade Profit. Also ein Trade Profit gewinnt, ist halt das Game, ne. Ja, was ich nicht verstanden habe, warum der... Äh, warst du so krass beim Grünen in der Föderzeit? Ja, ja, ja. Ja, ich hab ihn halt mega abge... Ich bin halt die ganze Zeit mit 6, 7 Scouts rumgerannt. Und dann hat er seine Archer halt zu Hause gelassen. Dann kam sein Team mit den Scouts. Dann bin ich halt da noch ne Weile rumgeracet. Hab zwei Wills gekillt. Und das hat ihn einfach... Das hat ihn gar nicht so hart gekillt, aber das hat ihn einfach viel Aufmerksamkeit und halt vor allem Zeit gekostet. Ja, weil der hatte echt eine späte Kastelzeit gehabt, ne. 24 oder irgendwas. Genau. Äh, war ich sogar noch schneller. Ähm, ja gut, ich hab aber auch noch mal so 8 Wills gekillt, glaub ich, mit den Archern. Ja, der Archer-Rate war ziemlich gut in seiner Base. Einfach immer, wenn du plus 2 Knights hast, anstatt wegrennen, immer mit Attack-Move, weg, micro, nie wegrennen, einfach fortgehen, wenn die an dir dran sind. Wenn die nicht an dir dran sind, kannst du wegrennen, aber... An welcher Stelle meinst du denn jetzt? Da in der gegnerischen Base. Ach so, ja, da war mehr... Problem, dass ich nicht wusste, ob ich, äh, gegen die, äh, gegen die, äh, gegen die, gegen die... Immer einfach Attack-Move mit den Knights gegen die Knights, einfach immer Attack-Move gegen die Knights, einfach damit du wegkommst. Weil ich war ja da, ich war ja hinter dir, ich hab bloß Zeit gebraucht, um uns anzukommen und du bist da dann in die Knights reingelaufen zu den Expos und hast da den ganzen Minus verloren. Ja, das hab ich schlecht eingeschätzt. Ja, ne, ne, das hast du nicht schlecht gemacht, sag ich mal, schlecht gemacht. Da hast du einfach nur, da hast du einfach nur missverstanden, was ich gesagt hab, so. Ja, oder die Situation, da ist auch egal, ich weiß, was du meinst glaubst. Ich lad dich ein, okay? Ja. Ja, ich hab auch ein ganz nettes Spiel. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.